Kapitel 19 Vorwärts zu Moosbrugger Zur gleichen Zeit saßen Walter, Clarisse und der Prophet Mein Gast um eine Schüssel, die mit Radieschen, Mandarinen, Krachmandeln, Streichkäse und großen türkischen Dörrpflaumen gefüllt war, und verzehrten dieses köstliche und gesunde Abendbrot. Der Prophet trug über dem etwas dürren Oberkörper wieder nur seine Wolljacke und lobte von Zeit zu Zeit die natürlichen Genüsse, die ihm dargeboten wurden, indes Clarissens Bruder Sigmund in Hut und Handschuhen abseits des Tisches saß und von einer Rücksprache berichtete, deren er abermals mit Dr. Friedenthal, dem Assistenten der Psychiatrischen Klinik, gepflogen hatte, um es seiner völlig verrückten Schwester zu ermöglichen, dass sie Moosbrugger sehe. Friedenthal beharrt darauf, dass er es nur mit einer Erlaubnis des Landesgerichts möglich machen könne, schloss er unbefangen, und beim Landesgericht begnügt man sich nicht mit der Eingabe des Fürsorgevereins letzte Stunde, die ich euch beschafft habe, sondern verlangt eine Empfehlung der Gesandtschaft, da wir leider gelogen haben, Clarisse, Ausländerin. Da hilft nun nichts anderes mehr, Dr. Mein Gast muss morgen zur Schweizer Gesandtschaft. Sigmund sah seiner Schwester ähnlich, nur war sein Gesicht ausdrucksloser, obwohl er der Ältere war. Wenn man die Geschwister nebeneinander betrachtete, wirkten Nase, Mund und Augen in Clarissens fahlem Gesicht wie Risse in einem trockenen Boden, während die gleichen Züge in Sigmunds Antlitz die weichen, etwas verwischten Linien eines rasenbedeckten Geländes hatten, obwohl er bis auf ein Schnurrbärtchen glatt rasiert war. Die Bürgerlichkeit war von seinem Aussehen bei weitem nicht in dem gleichen Maß abgetragen worden wie von dem seiner Schwester und gab ihm eine ahnungslose Natürlichkeit, auch in dem Augenblick, wo er so unverschämt über die kostbare Zeit eines Philosophen verfügte. Es würde niemand gewundert haben, wenn darauf aus der Radieschenschüssel Blitz und Donner gebrochen wären, aber der große Mann nahm die Zumutung freundlich hin, was seine Bewunderer als ein äußerst anekdotisches Ereignis betrachteten, und nickte mit dem Auge wie ein Adler, der einen Sperling neben sich auf der Stange duldet. Immerhin bewirkte die plötzlich entstandene und nicht breit genug abgeleitete Spannung, dass Walter nicht länger an sich hielt. Er zog seinen Teller zurück, war rot wie ein Morgenwölkchen und behauptete mit Nachdruck, dass ein gesunder Mensch, wenn er nicht Arzt oder Wärter sei, in einem Irrenhaus nichts zu suchen habe. Auch ihm pflichtete der Meister mit einem kaum merklichen Nicken bei. Sigmund, der es sah und sich im Lauf des Lebens manches angeeignet hatte, ergänzte diese Zustimmung mit den hygienischen Worten, »Es ist zweifellos eine ekelhafte Angewohnheit des wohlhabenden Bürgertums, dass es in Geisteskranken und Verbrechern etwas Dämonisches sieht.« »Aber dann erklärt mir doch endlich«, rief Walter, »warum ihr alle Clarisse behilflich sein wollt, etwas zu tun, das von euch nicht gebilligt wird und sie nur noch nervöser machen kann.« Seine Gattin selbst würdigte das keiner Antwort. Sie machte ein unangenehmes Gesicht, vor dessen der Wirklichkeit fernem Ausdruck man Angst hätte fühlen können. Zwei hochmütig lange Linien liefen darin längs der Nase hinab und das Kinn zeigte eine harte Spitze. Sigmund glaubte weder verpflichtet noch ermächtigt zu sein, für die anderen das Wort zu führen. So trat auf Walters Frage eine kurze Stille ein, bis mein Gast leise und gleichmütig sagte, »Clarisse hat einen zu starken Eindruck erlitten, das darf man nicht auf sich beruhen lassen.« »Wann?« fragte Walter laut. »Unlängst, abends, am Fenster.« Walter wurde blass, weil er der Einzige war, der das erst jetzt erfuhr, während sich Clarisse offensichtlich mein Gast anvertraut hatte und sogar ihrem Bruder. »Aber so sei sie«, dachte er. Und obwohl es nicht unbedingt nötig gewesen wäre, hatte er plötzlich, über die Schüssel mit Grünzeug weg, das Gefühl, sie wären alle ungefähr um zehn Jahre jünger. Das war die Zeit, wo mein Gast, noch der alte, unverwandelte, mein Gast, Abschied nahm und Clarisse sich für Walter entschied. Später hatte sie ihm gestanden, dass mein Gast damals, obwohl er schon verzichtet hatte, sie doch noch manchmal geküsst und berührt hätte. Die Erinnerung war wie die große Bewegung einer Schaukel. Immer höher war Walter emporgehoben worden und alles gelang ihm damals, wenn auch manche Tiefen dazwischen lagen. Und auch damals hatte Clarisse, wenn mein Gast in der Nähe war, nicht mit Walter sprechen gekonnt. Er musste oft erst durch andere erfahren, was sie dachte und tat. In seiner Nähe wurde sie starr. Wenn du mich anrührst, werde ich ganz starr, hatte sie zu ihm gesagt. Mein Körper wird ernst. Das ist etwas anderes als mit meinem Gast. Und als er sie zum ersten Mal küsste, sagte sie zu ihm, ich habe Mama versprochen, so etwas nie zu tun, obwohl sie ihm später gestand, dass mein Gast damals immer unter dem Speisetisch mit den Füßen heimlich ihre Füße berührt hätte. Das machte Walters Einfluss. Der Reichtum innerer Entwicklung, den er in ihr emporgerufen habe, hindere sie an der zwanglosen Bewegung, so erklärte er es sich. Und es fielen ihm die Briefe ein, die er damals mit Clarisse gewechselt hatte. Er glaubte noch heute, dass sich ihnen an Leidenschaft und Eigenart nicht leicht etwas an die Seite stellen ließe, wenn man auch die ganze Literatur durchsuche. Er strafte in jenen stürmischen Zeiten Clarisse damit, dass er weglief, wenn sie mein Gast erlaubte, bei ihr zu sein. Und dann schrieb er ihr einen Brief. Und sie schrieb ihm Briefe, worin sie ihn ihrer Treue versicherte und ihm aufrichtig mitteilte, dass sie von mein Gast noch einmal durch den Strumpf aufs Knie geküsst worden sei. Walter hatte diese Briefe als Buch herausgeben wollen, und noch jetzt dachte er zuweilen, dass er es einmal doch tun werde. Leider war aber bisher nichts daraus entstanden, als gleich zu Anfang ein folgenreiches Missverständnis mit Clarissens Erzieherin. Zu der hatte nämlich Walter eines Tages gesagt, Sie werden sehen, in kürzester Zeit mache ich alles gut. Er hatte das in seinem Sinn gemeint und sich den großen Rechtfertigungserfolg vorgestellt, den er vor der Familie haben werde, sobald ihn die Herausgabe der Briefe berühmt mache. Denn genau genommen war ja damals zwischen Clariss und ihm manches nicht so, wie es sollte. Clarissens Erzieherin, ein Familienerbstück, das sein Ausgeding unter dem Ehrenvorwand erhielt, eine Art Zwischenmutter abzugeben, verstand das aber falsch und in ihrer Weise, wodurch alsbald in der Familie das Gerücht entstand, Walter wolle etwas tun, das es ihm ermögliche, um Clarissens Hand zu bitten. Und als das einmal ausgesprochen war, entstanden daraus ganz eigentümliche Glücke und Zwänge. Das wirkliche Leben war sozusagen mit einem Schlag erwacht. Walters Vater erklärte, nicht länger für seinen Sohn sorgen zu wollen, wenn dieser nicht selbst etwas verdiene. Walters zukünftiger Schwiegervater ließ ihn ins Atelier bitten und sprach dort von den Schwierigkeiten und Enttäuschungen der reinen, nichts als heiligen Kunst, sei diese nun die bildende Musik oder Dichtung. Walter selbst endlich und Clariss juckte der mit einem Mal leibhaft gewordene Gedanke an selbstständige Wirtschaft, Kinder und öffentlich gemeinsames Schlafzimmer, wie ein Riss in der Haut, der nicht heilen kann, weil man unwillkürlich an ihm immer weiter kratzt. So geschah es, dass Walter wenige Wochen nach seinem vorangeeilten Ausspruch wirklich mit Clariss verlobt wurde, was beide sehr glücklich machte, aber auch sehr aufgeregt, denn nun begann jenes Suchen nach einem bleibenden Ort im Leben, das dadurch alle Schwierigkeiten Europas auf sich lud, dass die von Walter in unbeständigem Irren gesuchte Stellung ja nicht nur durch das Einkommen bestimmt war, sondern auch durch die sechs sich ergebenden Rückwirkungen auf Clariss, ihn, die Erotik, die Dichtung, die Musik und die Malerei. Eigentlich waren sie aus den verketteten Wirbeln, die an den Augenblick anknüpften, wo ihn angesichts der alten Mademoiselle die Gesprächigkeit übermannt hatte, erst vor kurzem erwacht, als er die Stellung im Denkmalamt annahm und mit Clariss dieses bescheidene Haus bezog, wo das Schicksal sich nun weiter entscheiden musste. Und im Grunde, dachte Walter, es wäre recht annehmbar, wenn sich das Schicksal nun zufrieden gäbe, denn wäre das Ende zwar nicht gerade das, was der Anfang hatte, sein wollen, aber die Äpfel fallen ja, wenn sie reif sind, auch nicht den Baum hinauf, sondern zur Erde. So dachte Walter. Und währenddessen schwebte über dem, seinem Platz gegenüberliegenden Durchmesser, der bunten Schüssel mit gesunder Pflanzenkost, der kleine Kopf seiner Gattin. Und Clariss war bemüht, so sachlich wie möglich, ja ebenso sachlich wie mein Gast selbst, dessen Erklärung zu ergänzen. Ich muss etwas tun, um den Eindruck zu zerkleinern. Der Eindruck ist zu stark für mich gewesen, sagt mein Gast, erläuterte sie und fügte aus eigenem hinzu. Es ist ja auch gewiss nicht bloß Zufall, dass sich der Mann gerade unter meinem Fenster in die Büsche gestellt hat. Unsinn, wehrte Walter das ab, wie ein Schläfer eine Fliege. Es war doch auch mein Fenster, also unser Fenster, verbesserte Clariss mit ihrem Lippenspaltlächeln, an dem bei dieser Anzüglichkeit nicht zu unterscheiden war, ob es Bitternis oder Hohn-Ausdrücke. Wir haben ihn angezogen. Soll ich dir aber sagen, wie man das nennen kann, was der Mann getan hat? Er hat Geschlechtslust gestohlen. Walter tat es im Kopf weh. Der war dicht voll Vergangenheit, und die Gegenwart keilte sich ein, ohne dass der Unterschied zwischen Gegenwart und Vergangenheit überzeugend gewesen wäre. Da waren noch Büsche, die sich in Walters Kopf zu hellen Laubmassen schlossen, mit Radfahrwegen, die ihn durchführten. Die Kühnheit langer Fahrten und Spaziergänge war wie heute am Morgen erlebt. Mädchenkleider schwangen wieder, die in jenen Jahren zum ersten Mal verwegen den Fußknöchel freigegeben und den Saum weißer Unterröcke in der neuen sportlichen Bewegung schäumen gelassen hatten. Dass Walter damals glaubte, zwischen ihm und Clariss sei manches nicht so, wie es solle, war ja wohl eine sehr beschönigende Fassung gewesen, denn genau genommen war bei diesen Radfahrten im Frühling ihres Verlobungsjahres alles vorgefallen, wobei ein junges Mädchen gerade noch Jungfrau bleiben kann. Fast unglaublich bei einem anständigen Mädchen, dachte Walter, während er sich mit den Zücken daran erinnerte. Clariss hatte es »die Sünden mein Gast auf sich nehmen« genannt, der zu jener Zeit noch anders hieß und gerade ins Ausland gegangen war. »Es wäre jetzt eine Feigheit, nicht sinnlich zu sein, weil er es gewesen ist«, so erklärte es Clariss und hatte verkündet, »aber wir wollen es ja geistig.« Wohl hatte sich Walter zuweilen Sorge darüber gemacht, dass diese Vorgänge doch noch zu nahe mit dem erst vor kurzem verschwundenen Zusammenhingen, aber Clariss erwiderte, wenn man etwas Großes will, wie doch zum Beispiel wir in der Kunst, dann ist es einem verboten, sich über andere Sorge zu machen. Und so konnte sich Walter entsinnen, mit welchem Eifer sie die Vergangenheit vernichteten, indem sie sie in neuem Geist wiederholten und mit wie großem Vergnügen sie die magische Fähigkeit entdeckten, unerlaubte körperliche Annehmlichkeiten dadurch zu entschuldigen, dass man ihnen eine überpersönliche Aufgabe zuspricht. Eigentlich habe Clariss zu jener Zeit in der Lüsternheit die gleiche Art von Tatkraft entwickelt, wie später in der Verweigerung, gestand sich Walter ein. Und den Zusammenhang für einen Augenblick verlassend, sagte ihm ein widerspenstiger Gedanke, dass ihre Brüste heute noch genauso starr seien wie damals. Alle konnten es sehen, auch durch die Kleider. Mein Gast blickte sogar gerade auf die Brust hin, vielleicht wußte er es nicht. Ihre Brüste sind stumm, deklamierte Walter, in sich, so beziehungsreich, als wäre das ein Traum oder ein Gedicht. Und beinahe ebenso drang durch die Polsterung des Gefühls währenddem auch die Gegenwart. Sagen Sie doch, Clariss, was Sie denken, hörte er mein Gast wie einen Arzt oder Lehrer, Clariss aufmuntern. Aus irgendeinem Grund fiel der Zurückgekehrte zuweilen ins Sie zurück. Walter nahm ferner wahr, dass Clariss mein Gast fragend ansah. Sie haben mir von einem Moosbrug erzählt, dass er ein Zimmermann sei. Clariss schaute. Wer war noch ein Zimmermann? Der Erlöser. Haben Sie das denn nicht gesagt? Sie haben mir doch sogar erzählt, dass Sie an irgendeine einflussreiche Person deswegen einen Brief geschrieben haben. Hört auf, bat Walter heftig. Sein Kopf drehte sich innen. Er hatte aber kaum seinen Unwillen ausgerufen, als ihm klar wurde, dass er auch von diesem Brief noch nie etwas gehört hätte. Und schwach werdend fragte er, welcher Brief ist das? Er erhielt von niemand eine Antwort. Mein Gast überging die Frage und sagte, es ist das eine der zeitgemäßesten Ideen. Wir sind nicht imstande, uns selbst zu befreien. Daran kann kein Zweifel bestehen. Wir nennen das Demokratie, aber diese ist bloß der politische Ausdruck für den seelischen Zustand des Man kann so, aber auch anders. Wir sind das Zeitalter des Stimmzettels. Wir bestimmen ja schon jedes Jahr unser sexuelles Ideal, die Schönheitskönigin mit dem Stimmzettel. Und dass wir die positive Wissenschaft zu unserem geistigen Ideal gemacht haben, heißt nichts anderes als den Stimmzettel, den sogenannten Tatsachen in die Hand zu drücken, damit sie an unserer Stadt wählen. Das Zeitalter ist unphilosophisch und feig. Es hat nicht den Mut zu entscheiden, was wert und was unwert ist. Und Demokratie auf das knappeste ausgedrückt bedeutet, tun, was geschieht. Nebenbei bemerkt ist das ja einer der ehrlosesten Zirkelschlüsse, die es in der Geschichte unserer Rasse bisher gegeben hat. Der Prophet hatte ärgerlich eine Nuss aufgebrochen und enthäutet und schob nun ihre Bruchstücke in den Mund. Niemand hatte ihn verstanden. Er unterbrach seine Rede zugunsten einer langsam kauenden Bewegung seiner Kinnbacken, an der auch die etwas aufgebogene Spitze der Nase teilnahm, während das übrige Gesicht asketisch reglos blieb, ließ aber den Blick nicht von Clarisse, der in der Gegend ihrer Brust aufruhte. Unwillkürlich verließen auch die Augen der beiden anderen Männer das Gesicht des Meisters und folgten diesem abwesenden Blick. Clarisse fühlte einen saugenden Zug, als könnte sie, wenn man sie noch lange anblickte, von diesen sechs Augen aus sich hinaus gehoben werden. Aber der Meister schluckte den letzten Rest der Nuss gewaltsam hinunter und setzte seine Belehrung fort. Clarisse hat entdeckt, dass die christliche Legende den Erlöser einen Zimmermann sein lässt. Stimmt nicht einmal ganz. Nur seinen Ziehvater. Stimmt natürlich auch nicht im geringsten, wenn Clarisse dann daraus, dass ein Verbrecher, ein Zimmermann ist, einen Schluss ziehen will. Intellektuell ist das unter jeder Kritik, moralisch ist es leichtfertig, aber es ist mutig von ihr, das ist es. Mein Gast machte eine Pause, um das hart gesprochene Wort mutig wirken zu lassen. Dann fuhr er wieder in Ruhe fort. Sie hat unlängst, was uns anderen auch widerfahren ist, einen exhibierenden Psychopathen gesehen. Sie überschätzt das. Überhaupt wird das Sexuelle heute durchaus überschätzt. Aber Clarisse sagt, es ist nicht Zufall, dass dieser Mann unter mein Fenster kam. Und das wollen wir jetzt recht verstehen. Es ist ja falsch. Denn kausal bleibt das Zusammentreffen natürlich ein Zufall. Trotzdem sagt sich Clarisse, wenn ich alles als erklärt ansehe, so wird der Mensch niemals etwas an der Welt ändern. Sie betrachtet es als unerklärlich, dass ein Mörder, der, wenn ich nicht ihre Moosbrugge heißt, gerade ein Zimmermann sei. Sie betrachtet es als unerklärlich, dass sich ein unbekannter Kranker, der an sexuellen Störungen leidet, gerade unter ihrem Fenster aufstellt. Und so hat sie sich angewöhnt, auch manches andere, das ihr begegnet, als unerklärlich zu betrachten, und wieder ließ mein Gast seine Zuhörer einen Augenblick warten. Seine Stimme hatte zuletzt an die Bewegungen eines entschlossenen Mannes erinnert, der mit äußerster Vorsicht auf den Zehenspitzen daherkommt, nun aber griff dieser Mann zu. Und sie wird darum etwas tun, erklärte mein Gast mit Festigkeit. Klaris wurde es kalt. Ich wiederhole, sagte mein Gast, dass man das nicht intellektuell kritisieren darf, aber die Intellektualität ist, wie wir wissen, nur der Ausdruck oder das Werkzeug eines ausgetrockneten Lebens. Dagegen kommt das, was Klaris ausdrückt, wahrscheinlich schon aus einer anderen Sphäre, der des Willens. Klaris wird das, was ihr zustößt, voraussichtlich niemals erklären können. Wohl aber wird sie es vielleicht lösen können und sie nennt das schon ganz richtig Erlösen. Sie gebraucht instinktiv das rechte Wort dafür, denn es könnte ja leicht einer von uns auch sagen, dass ihm das wie Wahnideen vorkomme oder dass Klaris ein nervenschwacher Mensch sei, aber das hätte gar keinen Zweck. Die Welt ist zur Zeit so wahnfrei, dass sie bei nichts weiß, ob sie es lieben oder hassen soll und weil alles zweiwertig ist, darum sind auch alle Menschen Neurostheniker und Schwächlinge. Mit einem Wort schloss der Prophet plötzlich Es fällt dem Philosophen nicht leicht auf die Erkenntnis zu verzichten, aber es ist wahrscheinlich die große werdende Erkenntnis des 20. Jahrhunderts, dass man es tun muss. Mir in Genf ist es heute geistig wichtiger, dass es dort einen französischen Boxlehrer gibt, als dass der Zergliederer Rousseau dort geschaffen hat. Mein Gast hätte noch mehr gesprochen, da er einmal im Zug war. Erstens davon, dass der Erlösungsgedanke immer anti-intellektuell gewesen sei, also ist nichts der Welt heute mehr zu wünschen, als ein guter, kräftiger Wahn. Diesen Satz hatte er sogar schon auf der Zunge gehabt, dann aber zugunsten der anderen Schlusswendung hinuntergeschluckt. Zweitens von der körperlichen Mitbedeutung der Erlösungsvorstellung die schon durch den Wortkern lösen verwandt mit Lockkern gegeben sei. Eine körperliche Mitbedeutung, die darauf hinweist, dass nur Taten erlösen können, das heißt Erlebnisse, die den ganzen Menschen mit Haut und Haaren einbeziehen. Drittens hatte er davon sprechen wollen, dass wegen der Überintellektualisierung des Mannes unter Umständen die Frau die instinktive Führung zur Tat übernehmen werde, wovon Clarisse eines der ersten Beispiele sei. Endlich von der Wandlung des Erlösungsgedankens in der Geschichte der Völker überhaupt und davon, wie gegenwärtig in dieser Entwicklung die jahrhundertealte Vorherrschaft des Glaubens, dass Erlösung bloß ein vom religiösen Gefühl geschaffener Begriff sei, der Erkenntnis Platz mache, dass sie durch die Entschlossenheit des Willens, ja, wenn nötig, sogar durch Gewalt herbeigeführt werden müsse. Denn die Erlösung der Welt durch Gewalt war augenblicklich der Mittelpunkt. seiner Gedanken. Aber Clarisse hatte inzwischen den saugenden Zug der ihr zugewendeten Aufmerksamkeit unerträglich werden gefühlt und dem Meister das Wort verlegt, indem sie sich Sigmund als der Stelle des geringsten Widerstandes zuwandte und zu ihm überlaut sagte, ich habe dir ja gesagt, man kann nur das verstehen, was man mitmacht, darum müssen wir selbst ins Irrenhaus gehen. Walter, der um an sich zu halten eine Mandarine schälte, schnitt in diesem Augenblick zu tief und ein ätzender Strahl spritzte ihm ins Auge, so dass er zurückfuhr und nach dem Taschentuch suchte. Sigmund, wie immer sorgfältig gekleidet, betrachtete zuerst mit Liebe zur Sache die Wirkung der Reizung auf seines Schwagers Auge, dann die Wildlederhandschuhe, die als Stillleben der Ehrbarkeit mitsamt einem runden steifen Hut auf seinem Knie ruten und erst als der Blick seiner Schwester nicht von seinem Gesicht wich und niemand durch eine Antwort für ihn ernsten Kopfnicken auf und murmelte gelassen, ich habe niemals bezweifelt, dass wir alle in ein Ehrenhaus gehören. Clarisse wandte sich darauf zu meinen Gast und sagte, von der Parallelaktion habe ich dir erzählt, das wäre wohl auch eine ungeheure Möglichkeit und Pflicht, mit dem Gewährenlassen des So und auch Anders aufzuräumen, das die Sünde des Jahrhunderts ist. Der Meister winkte lächelnd ab. Clarisse überströmt vom Enthusiasmus der eigenen Wichtigkeit, rief ziemlich abgerissen und starrköpfig aus, eine Frau, die einen Mann gewähren lässt, dessen Geist das schwächt, ist auch ein Lustmörder. Mein Gast mahnte, wir wollen nur an die Allgemeinheit denken, übrigens kann ich dich in der einen Frage beruhigen, bei jenen etwas lächerlichen Beratungen, in denen die sterbende Demokratie noch eine große Aufgabe gebären möchte, habe ich schon seit langem meine Beobachter und Vertrauensleute. Clarisse fühlte einfach Eis an den Haarwurzeln. Vergeblich versuchte Walter noch einmal, das, was sich entwickelte, zu hemmen, mit großer Achtung gegen mein Gast ankämpfend in einer völlig anderen Tonart, als er etwa zu Ulrich gesprochen hätte, warnte er sich mit den Worten an ihn, was du sagst, ist wohl das gleiche, wie wenn ich selbst seit langem sage, dass man nur in reinen Farben malen solle, man muss Schluss machen mit dem gebrochen verwischten, den Zugeständnissen an die leere Luft, an die Feigheit des Blicks, der nicht mehr zu sehen gewagt hat, dass jedes Ding einen festen Umriss und eine Lokalfarbe hat. Ich sage es malerisch und du sagst es philosophisch, aber wenn wir auch einer Meinung sind, er wurde plötzlich verlegen und fühlte, dass er es vor den anderen nicht aussprechen könne, warum er Clarissens Berührung mit den Geistes Kranken fürchte. Nein, ich wünsche nicht, dass Clariss das tut, rief er aus, und mit meinem Einverständnis wird es nicht geschehen. Der Meister hatte freundlich zugehört und dann erwiderte er ihm ebenso freundlich, als wäre nicht eines der wichtig vorgebrachten Worte an sein Ohr gedrungen. Clariss hat übrigens noch etwas sehr schön ausgedrückt. Sie hat behauptet, dass wir alle außer der Sündengestalt in der wir lebten noch eine Unschuldsgestalt besessen. Man könnte das in der schönen Bedeutung auffassen, dass unsere Vorstellung unabhängig von der jämmerlichen sogenannten Erfahrungswelt einen Zugang zu einer Welt der Großartigkeit besitze, worin wir in hellen Augenblicken unser Bild nach einer tausendmal anderen Dynamik bewegt fühlen. Wie haben Sie das gesagt? Clarisse, fragte er aufmunternd, indem er sich zu ihr wandte, haben Sie denn nicht behauptet, wenn es Ihnen gelänge, sich ohne Abscheu zu diesem Unwürdigen zu bekennen, bei ihm einzudringen und in seiner Zelle Tag und Nacht Klavier zu spielen, ohne zu alarmen, so müßten Sie seine Sünden gleichsam aus ihm ziehen, auf sich nehmen und mit ihnen aufsteigen. Das ist natürlich auch nicht, bemerkte er nun, sich wieder zu Walter zurückwendend, wörtlich zu verstehen, sondern ist ein tiefen Vorgang der Zeitseele, der sich in die Parabel von diesem Mann verkleidet, ihrem Willen eingibt. Er war in diesem Augenblick unsicher, ob er nicht doch noch etwas über Clarissens Beziehung zur Geschichte des Erlösungsgedankens sagen solle, oder ob es reizvoller wäre, ihr unter vier Augen noch einmal ihre Mission der Führung zu erklären. Aber da war sie von ihrem Platz wie ein übermäßig ermuntertes Kind aufgesprungen, stieß den Arm mit der geballten Faust in die Höhe, lächelte verschämt gewalttätig und schnitt ihr weiteres Lob mit dem schrillen Ausruf ab vorwärts zu Moosbrugger. Aber es ist ja noch keiner da, der uns Einlass verschafft, ließ sich Sigmund vernehmen. Ich gehe nicht mit, versicherte Walter fest. Ich darf keine Gefälligkeit von einem Staat der Freiheit und Gleichheit in jeder Preis- und Höhenlage in Anspruch nehmen, erklärte mein Gast. Dann muss uns Ulrich die Erlaubnis besorgen, rief Clariss aus. Gerne stimmten die anderen dieser Entscheidung zu, durch die sie sich nach zweifellos schwerer Anstrengung bis auf weiteres beurlaubt fühlten, und selbst Walter musste trotz seines Widerstrebens schließlich die Aufgabe übernehmen, vom nächsten Kaufmanns Geschäft den zur Hilfe außer sinnen Freund anzurufen. Als er es tat, geschah es, dass Ulrich in dem Brief, den er Agathe schreiben wollte, endgültig unterbrochen wurde. Erstaunt vernahm er Walters Stimme und hörte er die Botschaft. Man könne wohl verschieden darüber denken, fügte Walter aus eigenem hinzu, aber so gänzlich nur eine Laune sei es gewiss nicht. Vielleicht müsse man wirklich mit irgendetwas einen Anfang machen und es sei weniger wichtig womit. Natürlich bedeute auch das Auftreten der Person Moosbrockers in diesem Zusammenhang nur einen Zufall, aber Clarisse habe ja eine so merkwürdige Unmittelbarkeit. Ihr vermischten reinen Farben gemalt seien, hart und ungefüge, aber wenn man auf diese Art eingeht, oft überraschend richtig. Er könne das am Telefon nicht ausreichend erklären. Ulrich möge ihn nicht im Stich lassen. Ulrich war es willkommen, dass er abgerufen wurde, und er nahm die Aufforderung an, obwohl sich die Dauer des Weges in schlechtem Verhältnis zu der knappen Viertelstunde befand, die er mit Clarisse sollte reden können, denn diese war von ihren Eltern eingeladen, mit Walter und Sigmund zum Abendbrot zu erscheinen. Auf der Fahrt wunderte sich Ulrich darüber, dass er so lange nicht an Moosbrocker gedacht habe und immer erst durch Clarisse wieder an ihn erinnert werden müsse, obwohl dieser Mensch früher doch fast beständig in seinen Gedanken wiedergekehrt wäre. Selbst in dem Dunkel, durch das Ulrich von der Endstelle der Straßenbahn dem Haus seiner Freunde zuschritt, war jetzt kein Platz für solchen Spuk. Eine Leere, worin er vorgekommen hatte sich geschlossen. Ulrich nahm es mit Befriedigung zur Kenntnis und mit jener leisen Ungewissheit über sich selbst, die eine Folge von Veränderungen ist, deren Größe deutlicher ist als ihre Ursachen. Wohlgefällig durchschnitt er die lockere Finsternis mit dem festeren Schwarz seines eigenen Körpers, als ihm Walter unsicher entgegenkam, der sich in der einsamen Gegend fürchtete, aber gern ein paar Worte gesagt haben wollte, ehe sie zu den anderen stießen. Lebhaft setzte er seine Mitteilungen fort, wo sie abgebrochen worden waren. Er schien sich und dazu auch Clarisse gegen Missdeutungen verteidigen zu wollen. Überall stoße man, wenn ihre Einfälle auch unzusammenhängend wirkten, dahinter auf einen Krankheitsstoff, der wirklich in der Zeit gäre. Dies sei die wunderlichste Fähigkeit, die sie besäße. Sie sei wie eine Route, die verborgenes Vorkommen anzeige. In diesem Fall die Notwendigkeit, dass man an die Stelle des passiven, bloß intellektuellen und sensiblen Verhaltens des Gegenwartsmenschen wieder Werte setzen müsse. Die Intelligenz der Zeit habe nirgends mehr einen festen Punkt übrig gelassen und da könne also nur noch der Wille, ja, wenn es nicht anders ginge, sogar nur die Gewalt, eine neue Rangordnung der Werte schaffen, in der der Mensch Anfang und Ende für sein Inneres finde. Er wiederholte zögernd und doch begeistert, was er von mein Gast gehört hatte. Ulrich, der das erriet, fragte ihn unwillig, warum drückst du dich denn so geschwollen aus, das macht wohl euer Prophet. Früher hast du doch nicht genug an Einfachheit und Natürlichkeit haben können. Walter litt des Klarissens wegen, damit der Freund nicht seine Hilfe verweigere. Aber wenn bloß ein Strahl Licht in der mondlosen Nacht gewesen wäre, würde man seine Zähne aufblinken gesehen haben, die er ohnmächtig öffnete. Er erwiderte nichts, aber der zurückgehaltene Ärger machte ihn schwach und die Nähe des muskulösen Gefährten, der ihn gegen die etwas beängstigende Einsamkeit schützte, weich. Plötzlich sagte er, stell dir vor, dass du eine Frau liebst und du triffst einen Mann, den du bewunderst und erkennst, dass ihn auch deine Frau bewundert und liebt. und ihr fühlt nun beide mit Liebe, Eifersucht und Bewunderung die unerreichbare Überlegenheit dieses Mannes. Das mag ich mir nicht vorstellen. Ulrich hätte ihn anhören sollen, aber er wölbte lachend die Schulter, während er ihn unterbrach. Walter blickte giftig in seine Richtung. Er hatte fragen wollen, was tätest du in diesem Fall, aber das alte Spiel der Jugendfreunde wiederholte sich. Sie schritten durch die Halbhelle des Treppenflurs und er rief aus, verstell dich nicht, so bist zur Unempfindlichkeit eingebildet bist du doch gar nicht. Und dann musste er laufen, um Ulrich einzuholen und leise noch auf der Treppe von allem zu unterrichten, was er wissen müsste. Was hat dir Walter erzählt? fragte oben Clarisse. Das kann ich schon tun, gab Ulrich ohne Umschweife zur Antwort, aber ich bezweifle, dass es vernünftig ist. Hörst du, sein erstes Wort ist vernünftig, rief Clarisse lachend zu mein Gast. Sie war in voller Fahrt zwischen Kleiderschrank, Waschtisch, Spiegel und der Tür, die halboffen ihr Zimmer mit dem Verband, darin sich die Männer befanden. Von Zeit zu Zeit war sie zu sehen, mit nassem Gesicht und darüber hängendem Haar, mit hochgebürstetem Haar, mit nackten Beinen, in Strümpfen ohne Schuh, den Unterleib schon im langen Gesellschaftskleid, den Oberleib noch in einer Frisierjacke, die wie ein weißer Anstaltskittel aussah. Dieses Auf- und Abtauchen tat ihr wohl. Seit sie ihren Willen durchgesetzt hatte, waren alle ihre Gefühle in eine leichte Wolllust getaucht. Ich tanze auf Lichtseilen, rief sie in das Zimmer hinein. Die Männer lächelten. Nur Sigmund sah nach der Uhr und trieb geschäftsmäßig zur Eile. Er betrachtete das Ganze wie eine Turnübung. Dann glitt Clarisse auf einem Lichtstrahl in die Zimmerecke, um eine Brosche zu holen, und feuerte die Lade des Nachtkästchens zu. Ich ziehe mich rascher an als ein Mann, rief sie ins Nebenzimmer zu Sigmund zurück, stockte aber plötzlich über dem Doppelsinn von Anziehen, da es für sie in diesem Augenblick ebenso wohl Ankleiden bedeutete wie das Anziehen geheimnisvoller Schicksale. Sie vollendete rasch ihre Kleidung, steckte ihren Kopf durch die Tür und sah mit ernstem Gesicht einen nach dem anderen ihrer Freunde an. Wer das nicht für einen Scherz hielt, hätte darüber erschrecken können, dass in diesem ernsten Antlitz etwas erloschen war, das zum Ausdruck eines gewöhnlichen gesunden Gesichts gehört hätte. Sie verbeugte sich vor ihren Freunden und sagte feierlich, jetzt habe ich also mein Schicksal angezogen. Aber als sie sich wieder aufrichtete, sah sie wie gewöhnlich aus, sogar sehr reizend und ihr Bruder Sigmund rief vorwärts Marsch, Papa hat es nicht gern, wenn man zu Tisch zu spät kommt. Als sie zu viert zur Straßenbahn gingen, mein Gast war vor dem Abschied verschwunden, blieb Ulrich mit Sigmund etwas zurück und fragte ihn, ob ihm seine Schwester nicht in letzter Zeit Sorge mache. Sigmunds glimmende Zigarette beschrieb im Dunkel einen flach aufsteigenden Bogen. Sie ist ohne Zweifel anormal, erwiderte er. Aber ist mein Gast normal? Oder selbst Walter? Ist Klavierspielen normal? Es ist ein ungewöhnlicher Erregungszustand, verbunden mit einem Tremor in den Hand- und Fußgelenken. Für einen Arzt gibt es nichts Normales, aber wenn Sie mich ernst fragen, meine Schwester ist etwas überreizt und ich denke, dass sich das bessern wird, sobald der Großmeister abgereist sein wird. Was halten Sie von ihm? Er betonte die beiden Wirt mit einer leichten Bosheit. Ein Schwätzer, meinte Ulrich. Nicht wahr? rief Sigmund erfreut aus. Widerwärtig, widerwärtig. Aber als Denker interessant, das möchte ich doch nicht ganz leugnen, fügte er nach einer Atempause nachträglich hinzu. Auf Wiedersehen.